Das erwartet uns 2024. Das vierte Bitcoin-Having steht vor der Tür. Und damit auch schon die ersten Mondprognosen. Aber wie wahrscheinlich sind diese Szenarien? Ich habe mir das mal angeschaut, einen ausführlichen Report erstellt und einfach mal die Zahlen durchgerechnet. Das werden insgesamt drei Videos, weil es einfach zu viel ist. In diesem ersten Video betrachten wir Bitcoin als Geld und vergleichen ihn mit anderen Asset-Klassen, die aktuell auch als Wertspeicher dienen. Was passiert, wenn Bitcoin der dominante Wertspeicher der Menschheit wird? Und wieso sollte das überhaupt passieren? Ich habe verschiedene Fälle durchgerechnet und habe mir angeschaut, was passieren könnte, wenn Bitcoin gespeicherten Wert aus anderen Asset-Klassen abzieht und wenn er nach diesem Having für immer zum härtesten Gut der Menschheit wird. Das Ergebnis dürft ihr euch überraschen. Diese Themen werden wir in diesem Video anhand von belegbaren Daten klären. Und auch von mir gibt es basierend auf diesen Daten eine kleine Prognose, wo es hingehen könnte. Und damit Hi und herzlich willkommen beim heutigen Bit of Knowledge. Kommen wir zum Report. Zuerst mal ist wichtig, das Having überhaupt zu verstehen. Das, worauf gerade alle warten, passiert nämlich im April dieses Jahres. Und tatsächlich ist dieses Having etwas ganz Besonderes. Lasst mich erklären, wieso. Zuerst mal möchte ich aber sicherstellen, dass alle noch an Bord sind. In dieser Grafik sehen wir den gesamten Bitcoin-Bestand. Und aufmerksamen Zuschauern fällt bestimmt schon auf, dass jedes farblich markierte Segment halb so groß ist wie das vorige. Und das ist auch genau das, was beim Having passiert. Dann halbiert sich nämlich die Blog-Subvention. Also die Belohnung für jeden erfolgreich gemeinten gültigen Block. Den Zeitraum zwischen den Havings nennen wir eine Epoche. Eine Epoche ist genau 210.000 gültige Blöcke lang. Und sie hat logischerweise, wie ihr sehen könnt, immer die gleiche Blog-Subvention. Halten wir also fest? Beim Having reduziert sich die aktuelle Blog-Subvention um die Hälfte. Ursprünglich gab es 50 neue Bitcoin in der ersten Epoche. Aktuell befinden wir uns in der vierten Epoche. Mit 6,259 Bitcoin pro gültigem gefundenem Block. In der Vergangenheit hatte jedes Having immer einen großen Einfluss auf die Bitcoin-Ökonomie. Inklusive höherer Volatilität und einem dauerhaft höheren Preis. Um zu verstehen, wie genau das zustande kommt, schauen wir uns in diesem Report drei Haupteinflussfaktoren an. Der erste Faktor ist die Tatsache, dass Bitcoin als Geld härter wird. Und das Besondere an diesem Having ist, dass Bitcoin zum härtesten Asset der Menschheit wird. Der zweite ist der höhere Konkurrenzdruck bei den Minern. Hier schauen wir uns an, ab welchem Bitcoin-Preis das Mining profitabel ist. Und der dritte ist das soziale Ereignis. Also die Tatsache, dass der Mainstream wieder aufmerksam wird auf Bitcoin sowie einige Sonderfaktoren bei diesem Having. Wie schon angekündigt, wird dieser Report ein Dreiteiler. Das heißt, in diesem Video schauen wir uns nur den ersten Punkt an. Bitcoin als Geld. Aber was genau ist Geld denn eigentlich? Laut Definition ist Geld das am besten handelbare Gut einer Gesellschaft. Und diese Handelbarkeit kann man an verschiedenen Faktoren bewerten. Zum Beispiel an der Tauschbarkeit, also der Frage, wie weitläufig es akzeptiert ist. An der Werthaltigkeit, das heißt, wenn ich es heute verdiene, soll der Wert auch morgen noch bestehen bleiben und im besten Fall auch noch in 10 Jahren. An der Transportierbarkeit, das heißt, ich kann das Geld leicht von A nach B bewegen. An der Haltbarkeit, das heißt, ich habe ein Gut, das nicht über Zeit irgendwie schlechter wird oder zerfällt. An der Teilbarkeit, also ich kann es in mehrere Untereinheiten aufteilen. An der Prüfbarkeit, um es leicht von Fälschungen zu unterscheiden. An der Fungibilität, das bedeutet, jede Einheit ist genauso viel wert wie eine gleich nominierte andere Einheit. Als Beispiel, wenn ihr zwei Euro-Stücke habt, ist es komplett egal, ob ihr den einen oder den anderen Euro ausgibt. Dann gibt es als Kriterium noch die Knappheit, das heißt, die Menge ist begrenzt und nicht beliebig erweiterbar. Abgesehen davon kann man noch die Zensurresistenz mit reinzählen. Das bedeutet, niemand kann die Nutzung verhindern oder den Zugang einschränken. Und die Historie ist in der Regel auch noch wichtig. Das heißt, die Werthaltigkeit muss sich über Zeit bewiesen haben. Abgesehen von diesen Eigenschaften sind noch zwei Sachen zu erwähnen. Geld ist keine staatliche Erfindung. Es hat sich immer schon entwickelt, organisch innerhalb der Gesellschaft. Aus diesem Grund kann es auch mehrere, sagen wir mal, Gelde geben. Verschiedene Güter können aufgrund von diesen ganzen Eigenschaften monetarisieren. Man spricht hier von Geldigkeit oder im Englischen Moneyness von Gütern. Diese Monetarisierung von verschiedenen Gütern können wir heute auch beobachten. Zum Beispiel bei Immobilien und Aktien, aber auch bei Kunstgegenständen. In der Vergangenheit gab es diese Monetarisierung aber vor allem bei Edelmetallen. Insbesondere bei Gold und Silber. Man spricht hier auch von der monetären Prämie. Das ist der Aufschlag auf den Marktwert eines Gutes, der durch seine Funktion als Geld entsteht. In einer Welt des schlechten Geldes monetarisieren viele Güter, die eigentlich einen anderen Nutzen haben. Oder anders gesagt, wenn das Geld kaputt ist, wird alles andere zu Geld. Bei Silber beträgt dieser monetäre Aufschlag schätzungsweise 15%. Der Rest entsteht aus der Industrienachfrage. Bei Gold ist das Ganze extrem. Ca. 85% des Marktwertes sind reiner Wertspeicher. Vor allem getrieben durch die Notenbanken, die das Zeug in Massen kaufen. Und bei Wohnimmobilien macht die monetäre Prämie ca. 2 Drittel des Wertes aus. Dazu hat vor allem die Niedrigzinspolitik seit 2010 beigetragen. Aber wieso monetarisieren gerade diese Güter? Schließlich erfüllt keines dieser Güter auch nur annähernd alle monetären Eigenschaften. Bevor ich euch das beantworte, würde ich euch ganz kurz bitten, dass ihr dem Video ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Für den Algorithmus hilft das extrem. Und ihr verpasst auch nicht die anderen beiden Teile meines Reports. Außerdem könnt ihr alle Präsentationen und weiteren coolen Content von bitsofknowledge.de unterladen. Und jetzt geht's weiter. Die Antwort, wieso gerade diese Güter monetarisieren, liegt in ihrem hohen Verhältnis zwischen Bestand und Zufluss. Oder Englisch Stock-to-Flow. Über das Stock-to-Flow-Verhältnis kann man die Knappheit eines Gutes beschreiben. Man setzt dafür den jährlichen Zufluss ins Verhältnis zu dem Bestand. Dadurch kann man messen, wie viele Jahre es theoretisch dauern würde, den Bestand zu verdoppeln. Oder einfacher gesagt, ein Stock-to-Flow-Verhältnis von beispielsweise 50 bedeutet, in 50 Jahren verdoppelt sich der Bestand. Ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis deutet auf ein sogenanntes hartes Gut hin. Und harte Güter eignen sich zusammen mit den anderen genannten monetären Eigenschaften potenziell als wertstabiles Geld über lange Zeit. Heutzutage sind über diese monetären Eigenschaften vor allem Immobilien, Aktien und Rohstoffe monetarisiert. Und dienen damit als wertstabiles Ersatzgeld. Da das eigentliche Tauschmittelgeld in unserer Gesellschaft die Werthaltigkeit nicht aushauchend gewährleistet. Wir können also sagen, tendenziell monetarisieren die härtesten Güter einer Gesellschaft. Zumindest wenn das eigentliche Geld die Funktion der Werthaltigkeit nicht mehr erfüllt. Schauen wir uns mal an, wo Bitcoin in diesem Kontext überhaupt steht. Das Stock-to-Flow-Verhältnis liegt heute bei 58. Es würde also 58 Jahre dauern, nochmal so viele Bitcoin zu erschaffen wie jetzt. Natürlich nur unter der Annahme, dass es kein weiteres Having gibt. Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 775 Milliarden. Also noch relativ klein, gemessen an anderen globalen Assetklassen. Und mit einer Historie von 14 Jahren ist Bitcoin noch das mit Abstand jüngste Asset. Die aktuelle Adoption gemessen an der Weltbevölkerung liegt bei schätzungsweise 1-3%. Und das ist schon optimistisch gerechnet. Das heißt nicht, dass dieser Anteil nur noch Bitcoin hat, sondern dass sie auch Bitcoin haben. Im direkten Vergleich mit anderen harten Gütern werdet ihr sehen, wie klein Bitcoin überhaupt noch ist. Zuerst mal hätten wir da natürlich Gold. Aktuell ist Gold noch härter als Bitcoin. Es hat eine fast 15 Mal so hohe Marktkapitalisierung. Eine extrem lange Historie. Und fast jeder Mensch auf der Welt besitzt in irgendeiner Form Gold. Aber es gibt noch eine härtere Assetklasse als Gold. Nämlich Immobilien. Es würde 100 Jahre dauern, die Immobilien auf der ganzen Welt zu verdoppeln. Die Marktkapitalisierung ist deutlich mehr als das 300-fache von Bitcoin. Die Historie ist quasi so alt wie die Menschheit. Und circa zwei Drittel der Menschheit besitzt eine eigene Immobilie. Haben wir jetzt alles gesehen? Nein. Tatsächlich gibt es noch ein weiteres, noch härteres Asset. Zumindest bald. Und natürlich sprechen wir hier von Bitcoin in der fünften Epoche. Also nach dem Halving im April 2024. Dann verdoppelt sich nämlich das Stock-to-Flow-Verhältnis auf circa 120. Wie hoch dann die Marktkapitalisierung sein wird, können wir noch nicht wissen. Wir können aber zumindest annehmen, wenn die Nachfrage gleich bleibt und sich der Flow halbiert, dass sich die Marktkapitalisierung nach oben entwickelt wird. Behalten wir diesen Gedanken mal für später im Kopf. Ansonsten umspannt die Historie von Bitcoins fünfter Epoche 15 bis 19 Jahre. Und was passiert mit der Adoption? Nun, auch dazu können wir nur raten. Gerade bei diesen zwei spannenden Metriken können wir nicht sagen, wie sie sich entwickeln werden. Wir haben aber dennoch eine Sache gelernt. Und auf der können wir weitere Gedanken aufbauen. Eins ist klar. Nach dem Halving wird Bitcoin schlagartig zu dem mit Abstand härtesten Gut der Menschheit. Vergangene Halvings haben sich in dieser Hinsicht immer sehr positiv auf den Bitcoin-Preis ausgewirkt. Zusätzlich kann dieses Mal noch diese maximale Härte in das Narrativ mit reinspielen. So wie die Tatsache, dass Bitcoin als absolut begrenztes Gut planbar immer härter wird. Möglich ist also durchaus eine schrittweise Ablösung anderer Asset-Klassen als langfristiger Wertspeicher. Aber wie hoch genau ist das monetäre Potenzial durch Kapitalumschichtung? Lasst uns das Ganze mal konkret durchrechnen. Ein perfektes monetäres Gut könnte das Kapital, das nur zum Werterhalt in anderen Asset-Klassen liegt, absaugen. Betrachten wir hierzu mal die beiden klassischen Wertspeicher der modernen Gesellschaft. Gold und Wohnimmobilien. Wir haben vorhin schon gesehen, dass die monetäre Prämie bei Gold bei ca. 85% liegt. Oder in Zahlen ausgedrückt bei 11 Billionen Dollar. Gold war zwar schon immer der vorherrschende Wertspeicher der Menschheit, da es wenig anderen Nutzen hat, aber als Zahlungsmittel ist es kaum geeignet. Für den Werterhalt und als Zahlungsmittel ist Bitcoin also weitaus besser geeignet. Auf der anderen Seite haben wir die Wohnimmobilien. Die haben tatsächlich einen hohen realen Nutzen. Gleichzeitig dienen sie heutzutage aber auch als Geldanlage. Hier schlummern fast 200 Billionen Dollar nur als Anlagekapital. Dabei sind sie als Anlage eigentlich gar nicht so gut geeignet. Sie haben laufende Kosten, sind immobil, also nicht beweglich, sind nicht teilbar, also man kann nicht einfach einen Teil der Immobilie verkaufen, um an Geld zu kommen. Und sie können sehr leicht durch Steuern entwertet oder sogar beschlagnahmt werden. Das, was einem also heutzutage oft von den Eltern beigebracht wird, dass die Immobilie die Altersvorsorge ist, darauf können wir uns eigentlich nicht mehr wirklich verlassen. Vor allem auch, da die Einstiegskosten ja immer weiter steigen. Hier würde also Bitcoin nicht nur eine aufgeblasene Blase platzen lassen, sondern man hätte sogar auf der einen Seite einen viel besseren Wertspeicher. Und auf der anderen Seite vergünstigt man den Wohnraum für die Leute, die wirklich einfach nur wohnen wollen. Wir sehen also, hier liegt eine gigantische Menge an Kapital, das einfach nur den Wert speichern soll. Und wir sind hier ja noch lange nicht fertig. Es gibt ja auch noch weitere Assetklassen, die alle auf ihre Art monetarisiert sind. Hier seht ihr mal einen Vergleich. Wir haben bisher Gold und Immobilien betrachtet, beide mit ihren jeweils eigenen Vorteilen und Nachteilen als monetäres Gut. Dann hätten wir noch die klassischen Wertpapiere, Aktien und Anleihen, heutzutage auch extrem als Wertspeicher monetarisiert und auch bereitgesteuert, langfristig erwiesenermaßen werthaltig, aber nur bedingt als Zahlungsmittel geeignet. Und natürlich digital sehr einfach konfiszierbar. Ansonsten gäbe es noch sämtliche Fiat- und Bargeldbestände der Welt, die sich zwar leicht als alltägliches Tauschmedium eignen, aber langfristig aus verschiedenen Gründen praktisch überhaupt nicht geeignet sind. Und als Newcomer hätten wir natürlich auch noch Bitcoin. Ein augenscheinlich perfektes monetäres Gut. Und immer noch absolut winzig im Vergleich zu den anderen Assetklassen. Hier kommen wir der Sache also schon näher. Ich habe mal drei Szenarien durchgerechnet, was passieren könnte, wenn Bitcoin von den anderen Assetklassen monetären Wert absaugt. Zuerst mal sei aber gesagt, das sind nur Gedankenspiele. Keiner kann wissen, ob die Szenarien so eintreten. Aber es ist trotzdem interessant, mal zu schauen, wo es hingehen könnte. Zuerst hätten wir Szenario Nummer 1. 1% aus allem. Und wie der Name schon sagt, nehmen wir hier 1% aus allen Anlageklassen und schichten es in Bitcoin. Dadurch würden ca. 6,5 Billionen Euro ein neues Zuhause finden. 1% Umschichtung klingt erstmal nach nicht viel. Aber selbst dadurch würde sich die Marktkapitalisierung schon verzehnfachen. Dennoch ist es in der Realität natürlich komplizierter. Man kann nicht einfach 1% von jedem Haus in Bitcoin stecken. Und ein Großteil der Goldreserven liegt zum Beispiel bei den Zentralbanken, die aktuell noch nicht den Anschein machen, als würden sie in Bitcoin investieren wollen. Wir können das Ganze aber auch noch von einer anderen Seite betrachten. Das zweite Szenario nenne ich die Geldprämien Umschichtung. Hier nehmen wir an, dass Bitcoin sich einfach nur als Wertspeicher stärker etabliert und damit anteilig mehr Geld aus Assetklassen, die als Wertspeicher dienen, umgeschichtet wird. Ich habe hiermit 5% aus Gold, 2% aus Immobilien, 1% aus Aktien und Anleihen und 10% aus Fiatgeld gerechnet. Dieses Szenario ist natürlich schon ein ganzes Stück bullischer. Besonders 10% aus Fiatgeld umzuschichten wäre wirklich ein großer Erfolg. Während des Allzeithochs hatte Bitcoin im Vergleich zu allen anderen Währungen eine Dominanz von ca. 1%. Wenn man hier also eine Verzehnfachung annimmt und gleichzeitig die Umschichtung aus anderen Assetklassen betrachtet, könnte man hier ca. 14 Billionen bewegen. Das wäre die 20-fache Marktkapitalisierung von Bitcoin heute. Was das für den Preis bedeuten würde, ist fast noch nicht vorstellbar. Allerdings ist dieses Szenario in der näheren Zukunft auch eher unwahrscheinlich. Es geht aber auch noch krasser. Nämlich mit dem Orange Bulls Szenario. Und das wäre eigentlich schon der Start der Hyperbitcoinization. Bitcoin wird weitläufig verstanden, die Sparfunktion wird anerkannt, es nimmt einen gewissen Teil in privaten und institutionellen Portfolios ein und viele Staaten schichten Geldereserven in Bitcoin um oder drucken sogar neues Geld, um Bitcoin zu kaufen. Ich habe hier mal mit 10% Gold, 4% Immobilien, 5% Aktien und Anleihen und 25% Fiatgeld gerechnet. Ihr seht hier anhand der Balken auch nochmal gut, wie hoch eigentlich Immobilien und Aktien kapitalisiert sind. Selbst eine kleinere Allokation bewegt schon enorm viel Kapital. Und insgesamt kommen wir in diesem Szenario auf ca. 37 Billionen Dollar. Das wäre grob die 50-fache Marktkapitalisierung von Bitcoin heute. Aber nochmal als Erinnerung, alle diese Szenarien sind reine Theorie und ihr solltet definitiv eure eigene Recherche machen für jede Art von Entscheidung. Aber wieso erzähle ich euch das Ganze dann? Weil es bei Bitcoin um Selbstsouveränität geht. Zu Bitcoin kommen viele wegen dem Preis, bleiben aber wegen den fundamentalen Ideen. Und genauso habt ihr in diesem Video nicht irgendwelche Mundprognosen gehört, sondern vielmehr über die Prinzipien gelernt, wie Geld funktioniert. Und dieses Wissen und Verständnis ist viel wichtiger als jede Preisprognose, mit der euch andere Kanäle beten. Dennoch bin ich euch gewissermaßen eine Antwort schuldig, was ich erwarte. Kommen wir also zum Fazit. In dieser Präsentation haben wir uns angeschaut, wie Bitcoin als Geld durch das Harving gestärkt wird. Aktuell macht Bitcoin von allen Währungen weltweit gerade einmal 0,5% aus. Es ist gut möglich, dass das Harving diesen Anzahl steigern kann. Historisch betrachtet ist Bitcoin nach jedem Harving bisher extrem gewachsen. Und natürlich auch, weil andere Ersetklassen zunehmend als Sparvehikel dienen, gilt dieses gleiche Potenzial auch für Bitcoin. Mit dem Unterschied, dass Bitcoin keinen konkurrierenden Use Case hat und nur aufgrund von schlechter Geldpolitik monetarisiert. Bitcoin bringt den Wert wieder zurück ins Geld. Ein neues, solides Geld, das für die gesamte Menschheit funktioniert. Und es steckt, wie ihr gesehen habt, noch extrem viel Potenzial in Bitcoin, um als Geld der Zukunft zu funktionieren. Dennoch ist auch Vorsicht geboten. Keiner von uns weiß, wie schnell das Ganze wirklich passiert und ob die Zukunft wirklich so aussieht, wie man das erwartet. Lasst euch nicht erzählen, dass irgendjemand die Entwicklung der Zukunft kennt. Ich persönlich bleibe aber optimistisch. Bitcoin hat fundamental gute Eigenschaften. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es stetig wächst. Es wird immer weiter reguliert und sogar von den ersten Staaten als Reserve gehalten. Wenn wir also alle Überlegungen aus diesem Video zurate ziehen und das Ganze noch ein ganzes Stück vorsichtiger betrachten, rechne ich persönlich mit einem Bitcoin-Pers in diesem Zyklus zwischen 174.000 Dollar und 360.000 Dollar. Natürlich ist die Spanne extrem groß. Allerdings liegt es natürlich auch an der typischen Volatilität von Bitcoin und der Tatsache, dass aktuell nicht viele Bitcoin auf den Börsen liegen, um den Preis zu bestimmen. Das heißt, ruckartige Bewegungen nach oben sind durchaus möglich. Das heißt aber nicht, dass diese Level irgendwie gut handelbar sind oder sowas. Die meisten Bitcoiner und ich auch werden sowieso bei jedem Preis weiterkaufen. Deswegen in diesem Zusammenhang nochmal als Erinnerung, das Ganze hier ist keine Anlageberatung. Macht auf jeden Fall eure eigene Recherche und eure eigenen Gedanken. Und egal zu welchem Schluss ihr kommt, ihr seid auf jeden Fall selbst dafür verantwortlich. Zum Schluss würde mich noch interessieren, Wie hat euch dieser erste Teil des Harbing Reports gefallen? Und was denkt ihr über meine Gedanken? Und darüber, wie sich der Bitcoin-Preis entwickeln wird? Schreibt es gerne in die Kommentare. Es kommen noch zwei weitere Teile mit jeweils eigenen Betrachtungen. Und basierend auf diesen Betrachtungen auch noch mit eigenen Preiszielen. Außerdem könnt ihr den ganzen Report von bitsofknowledge.de runterladen und nochmal nachlesen. Der direkte Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr einen Mehrwert bekommen habt, gebt dem Video gerne einen Like. Dann weiß ich, dass ich mehr von diesen Videos machen soll. Und falls ihr auch Bullish auf Bitcoin geworden seid, schaut euch doch gerne mal die 21Bitcoin-App an. Falls ihr die App noch gar nicht kennt, hier ein Review von mir. Dort könnt ihr extrem günstig Bitcoin kaufen und mit dem Code BITS könnt ihr den Kanal unterstützen und kommt gleichzeitig an die niedrigsten Gebühren. Ansonsten war es das zu diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.